Leckebusch und Kunststoffverpackungen werden in einem Atemzug genannt und das seit mehr als 66 Jahren. In Ferl, verkehrsgünstig nahe der A2 gelegen, finden Sie unser Logistikzentrum. Auf rund 4000 Quadratmetern halten wir hier Kunststoffkanister, Fässer, IBCs, Flaschen, Eimer und diverses Zubehör zur kurzfristigen Lieferung für Sie bereit. Unser Team unter Leitung von Reinhard Siegmann steht in engem Dialog mit unseren Kunden, um die vielfältigen Wünsche zu erfüllen. Das Produkt und sein individueller Weg zum Endkunden sind Ausgangspunkte für unser Gespräch und eine kompetente Beratung. So finden wir gemeinsam das passende Verpackungskonzept und genau das Richtige für Ihre Produkte. Bei uns erhalten Sie nicht nur Verpackungen, sondern auch Ideen, Konzepte, Lösungen und mehr. Unsere Produkte stammen aus zertifizierten Produktionsbetrieben und das sind die wichtigsten Produktgruppen. Mich und meine Kollegen bekommen Sie von 1 bis 60 Liter als stapelbare Kanister und von 1 bis 5 Liter als Leichtkanister. Zusätzlich gibt es noch Spezialisten unter uns für lösemittelhaltige Produkte oder für Pflanzenschutz. Insgesamt sind wir hier am Lager mehr als 300.000 Kollegen in fast 200 verschiedenen Ausführungen und warten auf Ihre Order. Wir sind zwar meistens nur 5000, bieten aber viel Platz in unseren Bäuchen. Uns gibt es von 30 bis 220 Liter in rund oder eckig für Flüssigkeiten oder Feststoffe. Wenn hier jemand Bauch und Platz bietet, dann bin ich es mit meinen Containerfreunden. Neu und rekonditioniert dienen wir Ihnen in vielfältigster Weise und sind nur manchmal auch Hochstapler. Uns bekommen Sie einzeln, am liebsten aber paarweise, als Teil und auch Komplettladungen. Wir machen immer eine gute Figur, egal ob klein oder groß, rund, eckig, eingefärbt oder in Natur pur. Gern dosieren wir Ihr Produkt und sichern seine Originalität. Zusammen mit rund 2 Millionen Verschlüssen, Sprühköpfen und Pumpen stehen wir für Ihren Einsatz allzeit bereit. Von Lebensmitteln über Wellnessprodukte bis hin zu Bauchchemie und sensiblen Gefahrstoffen bewahren wir alles sicher auf. Von 0,5 bis 33 Liter sind wir in vielen Größen und Ausführungen vorrätig, bevor es auf die Reise zu Ihnen geht. Bei www.leckebusch.de wird Ihnen geholfen, auch wenn alle anderen schon den Abend feiern. Wenn der Chef ruft, machen wir uns sofort auf den Weg. So sind wir schnell bei Ihnen und zum Einsatz bereit. www.leckebusch.de – Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner.